Hallöchen Leute, wir sind wieder der Natur auf der Spur und ich habe heute ein spannendes Deck, kommt mal mit, und zwar hier. Hochwasser ist gerade zurückgegangen, hier ist noch das Eis. Aufpassen bei sowas. Könnte noch Wasser drunter sein, jetzt gerade nicht. Hier frische Biber-Spur. Ganz frisch. Der hat hier richtig Appetit gehabt. Spannend.